Der war zu hart, die Flanke. Bastost. Bastost! Verzieht da. Guter Versuch. Hallo und herzlich willkommen zurück hier. Wolfsburg gegen Leverkusen. Das letzte Spiel. Was meinst? Lachst du denn? Wir sind schon wieder im Waldstadion. Ja, mein ich ja. Zurück hier im Waldstadion. Ja, das Spiel heißt diesmal Wolfsburg gegen Leverkusen. Und wir sehen schon die erste gute Aktion. So aus wie keine Chewie. Weißt du, was lustig und auffallend ist? Immer wenn die Heimmannschaft grüne Trikots hat, sind wir im Waldstadion. Du hast recht. Lol. Lustig. Easter Egg. Stark! Ja, ein Easter Egg von FIFA. Warum nicht? Schöne beim Einwurf. Auf den Nacken. Entschuldigung, jetzt muss es schnell gehen. Über Mehmedi. Über Karim Ballarabi. Der ist schnell. Nee, 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 nee. Und wer ist in der Mitte? Gar keine Ahnung. Warum nimmt er den mit dem Kopf? Warum nimmt er nicht mit dem Kopf? Der hätte er sogar noch annehmen können. Warum nimmt er nicht mit dem Fuß? So viel Platz wieder. Der hätte da noch annehmen können. Direkt, aber ich wollte nicht mit dem Fuß. Der hätte da noch annehmen können. Nee, der war zu weit vorgebreit. Der war zu hart die Flanke. Bastost. Bastost! Ohhhh. Verzieht da. Guter Versuch. Immerhin was willst du machen. Bernd Gledo. Und Mehmedi? Kommt er da nochmal ran? Ja, schön nachgesetzt. Mehmedi. Wunderschön Mehmedi. Och. Wieder ist keiner in der Mitte, doch. Da ist... ... eine schlechte Flanke. Geht schon mal gut. Jetzt über Draxler. Über Caligiuri. Viel geht über die rechte Seite. Alles eigentlich wie immer an der Anfangsphase. Oh, schön Schall Nudo. Och, Chicharito. Chicharito kann da was anfangen. Oh, Meno. Ah, das regt mich schon wieder auf hier. Tausend Schaumsen und dann verlierst du 4-0. Wetten? So wird's kommen. Ja. Ja, hast du's. 1-0. Warte. Ah, Schall. Du schießt mir auf. Neno, geht er rein? Gielt er rein? Ach. Och. Och, kein Abseits von Chicharito. Was macht er? Abseits. Ehrlich selber schießen. Das war dumm, Mehmedi zu spielen. Och, schön zu Kramer gespielt. Und Chicharito. Was macht er? Was macht er? Ja, der macht heute viel. Ne, was macht er? Er macht heute viel. Und Schalladululu bringt die Flanke, die schön. Underschönen von Balerabi. Was machte da? Das war echt schlecht. Bis zu 20 Minuten nicht viel passiert. Nein. Leverkusen bloß mit drei fetten Dingern. Ah, gut. Oh, stark. Ach, schade. Jetzt schön, Kramer. Leverkusen macht ja echt Druck. Ja, Wolfsburg hat in letzter Zeit ganz schön nachgelassen von daher. Und dumm. 1-0. Ach, Manu. Das wäre aber auch so unverdient. Das wäre wirklich unverdient. Aber Gustavo kann schießen. Oh mein Gott, schnell weg. Gustavo hat den Ball schnell weg. Und 1-0. Das, 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 das. Das, das, das. Das. Guckst du dir an, guck mal wie du... So was dummes. Ja, ich dachte, den schieße ich jetzt noch annehmen. Ja, das wäre verdient gewesen. Ah, den macht da rein. Oder übers Tor. Das wäre lustig. Da ist das natürlich unverdienter 1-0. Für Wolfsburg. Also, ich, ich habe da nichts gegen, aber... Ne, Leverkusen kann ruhig gewinnen. Ah. Aber finde ich, oh, da kommt ein bisschen Spannung rein. Da oben noch. Oh, das war ein starker Pass. Ja, 11 Meter. 11 Meter muss es da geben. Ich verstehe das nicht. Ach, ja. Du hast es schon nicht leicht, Julien. Ne, heute aber überhaupt nicht ganz ehrlich. Tut mir ja leid. Ne, das ist doch ein total dummes Spiel. Wenn das kein Elfmeter war, dann bin ich eine Frau und schwanger. Ich habe tausend Kinder, ganz ehrlich, sowas Behindertes. Ja, und jetzt wieder kein Freistoß. Genau. Oh, Benayo. Ne, Eckfahne ungeschossen. Und Abstoß. Klasse. Ich habe genau die Eckfahne getroffen. Warum guckt der da Abstoß? Na, weil der Ball von der Eckfahne ins... in den Dings gegangen ist. Nicht ins Seitenhaus, sondern ins Torhaus. Nein, der ist ja ins Torhaus gegangen. Wäre er in die Antrichtung gegangen, hätte es einen Wurfe gegeben. Nee, 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 du machst den jetzt nicht. Alter, gib mir jetzt einen Elfmeter. Dann gibt er Freistoß. Offensiv-Foul, du dummes Missvieh, oder was? Alter. Oh, Schallanulo, weh, du triffst nicht. Fick dich! Ich habe keinen Bock mehr. Oh, der Gewalt ist 2-0. Oh, nein. Okay. Ja, super. Aua. Lol, schrei da nicht so. Ich habe nicht geschrien. Warum gibst du Abstoß? Du warst doch noch am Ball. War ich nicht. Alter. Oh, schade. Aber Medi ist stark bei dir vorne. Er könnte noch ein paar Tore machen eigentlich. Ja, der hätte auch schon zwei haben können, sollen, müssen. Der hätte auch schon zwei Elfmeter bekommen. Aber... Aber es steht 2-0 für Wolfsburg. Ah, fast. Schade. Naja, jetzt gibt es Ecke. Und Rodrigues kommt bei Tor. Nee, der schießt ja die Ecke auf so ein Glück. Nee, Traxler mit der Ecke. Rodrigues Tor. Nein, du! Es gibt Elfmeter! Nicht. Haha. Es gibt natürlich Gelb. Das wäre das... Ey, dann hätte ich echt geliebt, ne? Das ist echt. Wenn das jetzt Elfmeter gegeben hätte, dann... Dann hättest du mich heute nicht mehr gesehen. Hättest du mich heute nicht mehr gesehen? Ja, na endlich. Geht doch. Ich sag ja, wenn mir die macht, dann mal ins. Und was für ein Tor. Das war echt schön. Gucken wir uns das nochmal an. Schöner Ball von Sharnanoglu und... Mit links... Entschuldigung. Mit links angenommen und dann... Mit rechts. Ab ins Eck. Unter die Latte. Traumtor. Voll. Traumtor hilft mir auch nicht, wenn es eigentlich 4 Einzelte stehen müssen. Bei 2 Elfmeter nicht gekriegt. Und schon wieder ein Foul. Na, immerhin gibt er noch den Freistoß. Oh, pass auf. Jetzt, wie sie. Ach, Leute. Findet ihr das nicht auch lustig? Wenn man Jouin verlieren sieht, dann macht er ein Tor, dann ist er wieder voll da. Was? Das stimmt doch gar nicht. Die ganze Zeit. Oh. So ein Fuckspiel. Und dann schießt er ein Tor. Oh ja, heile Welt. Oh, da guck mal ein Regenbogenpferd und ein Horn. Oh. Ein Bull ist das einfach. Ja. Nee. Nee. Natürlich. Das ist doch einfach... Das ist doch einfach total GG. Kommt das Leben weiter. Das ist doch... Das ist doch einfach behindert gewesen. Ich hab 2 Elfmeter hätt ich bekommen müssen. Und ich hab tausendmal auf Schuss gedrückt und mir mir, die schießt einfach nicht. Und vor allen Dingen bei dem Bollitor hab ich nicht auf Schuss gedrückt und er schießt von alleine oder was. Da hab ich eh mal kurz angetippt. Na, ballert er den so rein. Für eh mal antippen. Somit kommt dein Schrecken. Oh, mach Pause. Jetzt kommt mein Schrecken. Äh, dein Schrecken. Nee. Danach. Ich schieß erstmal hier. Irgendwie den Ball weg. Oh, hier. Nu. Geil. Traxler. Steckt durch auf Niklas Bentner. Ach nein. Der steckt durch auf... Wer ist denn das da mit den Schuhen? Arnold. Ach nein. Hast du Dost ausgewickelt? Ja. Ja, Bender. Schön. Warum? Was? Ich hab keine Ahnung. Ich dachte, ich hab schon wieder irgendwas gemacht. Das Spiel kann mich echt nicht leiden. Los, Memedi. Geh ab. Weh, du machst den nicht. Weh, du machst den nicht. Pfff. 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 Ja, starker Versuch. Jawohl. Von Memedi. Och, alter. Wie du mich weggepokt hast. Das ist da schon wieder. Was? Alter, weh, du machst den nicht. Schieße, schieße, schieße. Alter. Wenn der jetzt nicht reingegangen wäre, dann... ...meh sie nicht. Ich hätte jetzt hier meine Bioflasche geklappt. Ganz arm. Und jetzt können wir wieder auswechseln. Ja. So. Jetzt stelle ich um auf 8111. Ach, das war lustig. Ach, das war lustig, ja. So, jetzt mal gucken, was kann ich denn da wechseln. Oh. Möchst du mal mal den Strom komplett aus? Bälle sind aber nicht mehr genau von Wolfsburg. Schieße, genau das meine ich. Es geht zu einfach. Es geht viel zu einfach. Wenn er den jetzt gemacht hätte, dann hätte ich die Welt nicht verstanden. Wie ungenau die Bälle sind. Ja, das stimmt. Das ist ein Schuss oder ein Pass? Ja, ein Schuss. Pass hat er nicht gebraucht. Jetzt bist du verworben. Jetzt kommt Kevin Kampel und Kiesling und Julian Brandt, Junge. Wie auch Kiesling. Bringt schon mal einen Scheißpass. Naio, passt er auf. Stark von Rodriguez. Neul. Oh, schlecht von Rodriguez. Oh, Kampel. Oh, so richtig, Kevin. Wie ungenau die Bälle einfach sind. Schürrle. Zieht nach innen. Zieht weiter nach innen. Niklas Bentner. Was hätte er denn gemacht? Oh mein Gott, Schussposition. Traxler. Oh, abgeblockt der Schuss. Starke Rätsche von Dante. Deswegen müsste das Kopfball-Duell gewinnen. Macht es aber nicht. Bentner. Ach du Scheiße. Da geht das Zeitspiel los. 67. Minute. Ich dachte, der kann schieben. Natürlich. Würde ich jetzt auch sagen. Würde ich jetzt auch sagen. Ja, ja. Oh, das war stark gespielt. Das war echt stark. Ja, stark ins Abseits. Ach, da ist er wieder ganz ruhig jetzt. Ich habe 8 Jahre gesagt. Ja, aber... Ah, schön durchatmet. Naja, weil es Abseits war... Nein, 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 nein. Stefan, Kiesling, egal ob... Kiesling. Er trifft immer. Was? Egal ob Kiesling oder Rahm, Stefan trifft immer. Egal ob Kiesling oder Stein, hätte ich ja verstanden. Mit welchem Sinn? Kies... Kies und Stein. Kies und Stein. Oh, man. Oh, schön. Warum? Warum spiel ich nicht? Oh, was ist denn das? So, jetzt gibt es... ...den totalen Krieg. Kies und Stein. Kampel. Kampel macht das hier gut. Was ist denn das für eine Verteidigung? Kevin! Geil. Das war echt Kevin. Oh nein. Tor. Jetzt schon hochspielen müssen, dass es wieder schönes Abseits. Spiele hoch, das habe ich geahnt. Und da ist der Anschlusstreffer. Stark gespielt. Nee, der steht aus dem Weg zu. Nee, Kali Jury war aus. Arnold, Mr. Wettet. Anschlussstreffer, so stelle ich mir das vor. Ich mir aber nicht. Oh! Kevin Kampel. Kevin Kampel. Oh Gott, oh Gott. Kampel! Benayung. Bellarabi hat den Ball namerat. Oh, die Flank ist gut. gut wieder benauern bei der Ecke die Wolltmann die Spieler an aber auch er ist und er war nicht schlecht zweite Zeitspiel er war trotzdem nicht mehr und zwar bestellt für eine Art und schon oder Tor geschossen nur Orschild auf Kampel auch schlecht mann bänden auch machen in ohr nein aber mann e wirst du mal wie es mir geht was machte Dante da vorne hättest du schon zweistellig führen müssen hier wieder Kampel der ist so schnell er ist gut einfach Kiesling kommt nicht ran dieses Zeitspiel was Leverkusen hier verwirrt ey es ist echt unermachen hat Angst dass es wieder ein 4-4 das kann ich Leverkusen echt nicht antun Kalijugia Torschütze zum 2-3 mit der Flanke Bentner war am Abseits die Wehrtrasse muttert Mist weiter Ball der ist Gokkener jawoll ja Knochen macht's spannend stark das war's 3-3 oh Gott Dante 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 Junge Junge Dante Abseits oh nice Wendel nach außen auf Brand was macht der bringt die Zeitspiel Flanke jawoll Zeitspiel in dem Moment saß noch so aus ja ich wollte auch schon sagen was ist das für eine scheiß Flanke aber dann kam er zum Glück noch Ballerraben ja ach man eigentlich ein schönes Tor eigentlich ein sehr schönes Spiel ist das hier eh ne fand ich nicht hätte zweistellig für Leverkusen ausgemessen na natürlich so Leute Leverkusen gewinnt 2 zu 4 völlig verdient in Wolfsburg und wird Meister wir sehen uns dann beim nächsten Spieltag oder bei der Champions League ich glaube Champions League ja genau da warten wir uns spannende Spiele Arsenal in Bayern zum Beispiel oh ja das wird spannend oder Juventus Turin gegen Borussia Mönchengladbach wir sehen uns dann RS Rom gegen Leverkusen das Top Spiel bis dann Leute auf Wiedersehen bis dann